Paulina Liubas heizt mal wieder richtig ein Die Temptation Island VIP-Teilnehmerin startet ein völlig neues Projekt. Sie probiert sich musikalisch aus und arbeitet an ihrem allerersten Song. Dieser ist seit einigen Stunden veröffentlicht und kommt schon jetzt bei ihrer Community sehr gut an. Du kannst so stolz sein, erstes Musikvideo und direkt so rasiert. Freue mich auf alles, was noch kommt. Zahlreiche Kommentare tummeln sich unter dem Clip, die der Beauty zu ihrem Erfolg gratulieren. Richtig geil geworden, sowohl das Lied als auch das Video. Herzlichen Glückwunsch! Eins ist sicher, Paulinas erste Single sorgt für große Begeisterung und kann auf ganzer Linie überzeugen.